Musik Bullsign Musik 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 Hallo hier und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei einem neuen Projekt und zwar Kill League heißt es glaube ich ich bin mir gar nicht so sicher das ist das erste mal dass ich das auch spiele ich kenne das Spiel nicht so gut und bin auch nicht so gut dabei beziehungsweise kenne mich jetzt nicht so gut aus ich kenne die Maps nicht oh mein Gott dein Ernsthaft dein Ernsthaft dein Ernst da oben ist ein Block was ein bisschen stört sollte ich mir merken oh Gott eigentlich bin ich da immer noch gar nicht so schlecht oh ne ich konnte nicht rennen was ist das? Free Gifts Hä ok ah ne jetzt verkacke ich hier beim ersten Sprung schon so ich weiß nicht was ich überbreden sollte ich will sagen dass ich jetzt auf jeden Fall anfangen werde der Map ich hab das vorhin gespielt und ich hab diesen Jumpman also das ist der Folge war sogar noch schwerer und ich hab's in zwei Sekunden geschafft ich schaff's ich bin da so dumm ich kann grad nicht rennen ich bin einfach da so dumm so jetzt reicht's aber jetzt kommt der Emre wieder zurück ich bin ich im Jumpman voll gut aber oh ne das hat er jetzt gerade geleckt so okay äh ich weiß gar ich bin wie gesagt bin mir gar nicht so sicher wie das Spiel geht ähm aber aber wie es aussieht verkack ich gerade sehr 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 schlimm gerade oh ne 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 auf jeden Fall nicht nein 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 ich glaub ich glaube das kann man auch nicht so mit anderen Leuten spielen deswegen passt das gerade alleine so perfekt oh ja so wie wir uns kann man aber auch ich habe kein jedes spiel alleine spielen ich bin dumm dafür bei vielen spielen nein nicht dein ernst nicht dein ernst ich versuche gerade schnell zu spielen aber es ist nicht so gut ich musste ja versteht mich oder ich weiß nicht ob dieses jahre youtube kommt zu abonnenten wie viel ich auch habe 1600 natürlich dass ich weiß ich ja und ich habe ich meine arbeit nur da ich habe mich jetzt gerade habe auch die an die weiß ich gar nicht bin mir gar nicht so sicher würde ich glaube ich aber vermutlich ein großer zeit der ist gerade wieder nicht geraten nein ernsthaft dein ernsthaft dein ernst aber ich bin nicht der einzige der einfach hat immer gerne gar nicht so sicher weil ich noch mal gleich nachschauen wenn ich bisher weiter vorne bin ja es gibt schon 45 leute die auch so verkacken wie ich gerade vier leute weiß gerade gar nicht aber ich habe mich aber hier durch und diesen jumpen und left the game wer hat keinen bock mehr die maps aber schon ein bisschen neufig hier war ob er ob er jetzt keine lust aufs nicken zurück ob er geschafft und wir sind jetzt wieder auch nicht der einzige der es nicht geschafft hat kann sein dass ich der einzige bin das ist wie es zu weil wir jetzt glaube ich habe mir jetzt nicht so sicher wie das spiel ist ich kann nicht anziehen na toll man muss halt die ganzen items hier sammeln aber am ende kennt man glaube ich mal gegeneinander und da ist halt der checkpoint so jetzt endlich dieses eis scheiß dieses nervige eis ich kann da nicht spielen natürlich weiß ich wieso wer draußen können wir nachschauen ob war stimmt ich kann mich schrecklich öffnen schuhe habe ich schon stimme stimmt stimmt nicht bei kiste vergessen kam dazu da war schon immer so bei mir nicht so sicher ich glaube das war nicht immer so das war das richtig perfekt gewesen wenn ich es geschafft hätte okay der anfang war schwer der rest ist gar nicht so schwer naja sieht auf jeden fall auch nicht so schwer aus sicher bin ich mir natürlich noch nicht jetzt nicht mal alles an was ich mir anziehen muss ich weiß nicht ob es bei diesem spiel kids gibt aber ich glaube irgendwie nicht ich weiß nicht wieso aber ich glaube einfach nicht wie doch immer nicht so aus naja kommt dann ist nicht gesprungen hoppa 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 und daran das server ip werde ich hoffentlich in die beschreibung tun wenn ich jetzt nicht vergesse ach komm schon mal hierzu viele schwerte ich nehme gar nicht essen könnte ich brauchen weiß ich gar nicht das heißt weil ich ja kein knochen eigentlich könnte sein dass ich doch kein essen brauche aber ich glaube wenn man dann beide kann das sein dass man einfach nur bis zum ende kommen muss ich glaube das ist so bin mir gerade gar nicht so sicher wer jetzt erst am ziel ist dann ist es vorbei und du kannst du bist dort sind halt so viele sammeln wie du willst kannst nicht willst mehr kannst ob er nach oben ist ja schon hat war mein auge ob bau 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 ich sage so auch so auf jeden fall solche sachen solche man auf jeden fall sie wollte ich gar sagen will aber keinen sinn ergeben dieser einer vip typ ist gar mal sehr weit vorne der schon von anfang einem erster ich muss einfach nur bisher weiter nach rechts wir sind hier keine kisten ich falsch komisches man hier auf jeden fall ich war der letzte und jetzt schaut ich bin schon zweiter ja so gesagt wenn ich den anfang vorbei bin dann gehe ich hier arbeiten bin ich werde ich richtig erotisch leute und hoppa das ist auf jeden fall ein geiles game muss ich sagen hat mir gefallen habe ich bei einem youtuber gesehen da habe ich mir noch nicht wisst du was wenn der da schon zockt dann kann ich sie auch zocken ne und zum glück habe ich doch habe ich auch gesehen weil das habe ich echt angekannt das ruckelt manchmal ich weiß nicht wieso ich weiß eigentlich bisher an den einstellungen rumspielen bevor ich immer anfange weg aufzunehmen so nicht erfolge natürlich grafikeinstellungen obwohl es so niedrig ist obwohl das so niedrig ist ich habe auch gerade gar kein programm nehmen wir auf manchmal spinnt das einfach so keine ahnung wieso das habe ich jetzt echt gerade gar keine ahnung also ich werde das kann man stärker ja stärker hoppa leute hoppa 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 also ich weiß nicht was das liegt aber es ist gerade sehr schlimm auf die tipp泥 aktuelle macht aber es ist echt ich hab看 das billige fps und das hast du das! naja ich weiß es nicht ich kann noch spielen wenn es aber nur häufig wird werde ich muss ich bis zum ende schon so viel gespielt hat kann sein schon fertig ist oder dass er hier irgendwo da den waffern es geht noch weiter so geht es ja gerade nicht geladen jetzt wieder voll weit hinten glaube ich naja geht leute könnt ihr mir danach mal sagen wieso das so gut gerade wenn ihr es gemeint hat wenn jetzt merkt manche sachen sie dann bei der aufnahme einfach nicht weiß nicht wieso das ist einfach nicht schon welche schwung ja jetzt letztlich wieder voll weit hinten zweimal verkackt habe ach so dass einer schon am ziehen müssen die warten ist nur einer schaut okay okay ich verstanden wenn einer am ziel ist das ist vorbei okay ich weiß gerade gar nicht ob die schon angreifen können wenn ich schon angreifen können dann habe ich bisher verkackt ja man könnte angreifen so das war eine gleich der geld mir der geld mir der geld mir ich habe noch zwei leben ach so ich habe noch zwei leben okay okay ich kann damit nicht klar ich wusste beziehungsweise nicht wie ist es nicht das ziel platzt das gleich war ich habe schiss auch ja auch nicht so geht da kommt einer der geld mir die gerne eine von den geringen das server legt das server legt oder mein internet legt einfach mein ich glaube dass das server legt ich bin gestorben bisher bin ich letzter nee ich bin vierter geht das war mein erstes mal davor ist mein inhalt abgekackt deswegen konnte ich die andere nicht bis zum ende spielen aber es war mein erstes mal und ich kam nicht ich war nicht schlecht ne vierter schon mal beim ersten mal ich will es gleich noch eine runde ich habe ein bisschen gecheckt jetzt werde ich noch versuchen mein rahm zu erhöhen beim micraft ich glaube kann sein dass ich meine rameinstellungen niedlich habe und dann sehen wir uns auch bei der nächsten folge wieder man sieht sich daran auch wieder der möchte das video gefallen hat dass eine positive bewährung beim nächsten wieder welchen auch ein thema suchen über was sie reden leute und ja bis zum nächsten auch wieder sehen ich hoffe euch hat das video gefallen und tschüss